Passt! Passt! Ähm, ich bin nur... Ich bin jetzt sowieso gespannt. Okay, das schaut ein bisschen ab, als ob der Oester raus. Der ist so... Friedefeuer Eierkuchen, wie... ...Alatin quasi und des. Hm, ich stech dich ab über dir so ein Wallerfucker. Der, was das auch noch in Gift gedrängt hat etc. Okay, ja, ja. Aber ich glaub da... Ich weiß nicht, ob ich mit dem Anderen auch von hinten welche Meier machen konnte. Das könnte ich jetzt nicht sagen. Aber... Hm, boah, gefällt mir. Gefällt mir. Kann mir jetzt wirklich nichts dagegen sagen? Ich weiß nicht, ob ich mit dem vorigen und hinteren Gegner auch Meier machen konnte. Also der müsste jetzt liegen. Aber... Seitlich und so, das hat auch so eine schöne Reichweite. Das kann schon was... Das kann schon was... Das kann schon was. Hm, 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 hm. Perfekt. Warte, machen wir für den Wichser Meier. Machen wir den Wichser auch hier Meier. Ah, das dreht doch so richtig so hin und wieder so die Gegner zurück. Das ist aber auch praktisch. Das ist aber auch sehr, sehr praktisch. Wenn so ein bisschen auch dadurch die Gegner so nach hinten gejagt werden, sodass sie ein bisschen Abstand halten, dass du wieder ein bisschen kein Leben verlierst. Ist schon was... Ist schon was geiles. Kann man's euch schon geschehen geben. Da hab ich wieder was Gutes gekriegt. Überlande den Kern. Also, damit wir den Kern nicht in den Wichser... Oder was? Klarisch. Ui, da. Und damit hätte ich rechnen. Überlasten den Kern, Leute. Aber nicht. Aber das muss man so den Kern überlassen. Jetzt fühl mich doch ganz lieber wurscht. Alter. Überlasten den Kern. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Was haben wir da nicht? Das ist wieder was Geheim. Ohhhh. Die ist aber schon lange nicht mehr gekauft. Mashallah. Der schaut gleich mal nach was ganz was anderem aus. Warte. Erstmal die ganzen Burenkinder, die was herumschießen. Ehh. Okay. Passt mir da nicht weglaufen. Wenn du schon schießen kannst, dann kannst du ja schon stehen bleiben auch. Der kleine Wichser. Der kleine Hurenkinder. Das war's? Okay. Okay, ja passt. Alter. Definitiv mit mehr gerechnet. Mit viel mehr Gegner. Reicht ein neues Kostüm? Okay, 18 schaut nicht so gut aus. Für neues Kostüm. Dreieck. Dann ein paar O-O-O-O-O-O-O. Das muss weggehen. Und... Oh, ich werde auch das trotzdem getroffen hat. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich ich. Huch. Oh, immerhin hat es euch wenigstens auch nur ein Fügel-Krossen. Ja, voll geil. Oh, ich flüchte da, das tut es etc. Ich hab Angst! Ich hab schon ein bisschen Pippe in der Hose, was kommt da, Alter! Nix! Ich geh in einer mal mehr! Oh, tschüss! Ah! Ok, ok, ich seh schon, wenn wir weiter runter gehen, dann haben wir da schon den Ausgang. Beziehungsweise den weiteren Durchgang. Oder was auch immer. Den nächsten Boss, wie auch immer. Wie in Low Forest Love. Ich weiß nicht wie lang, ja genau. Wollte ich gerade sagen, ich weiß nicht wie weit das reicht. Aber es reicht. Oh! Ok, eine Kiste. Das ist das erste Zeichen. Kommt mir aber sehr bekannt vor. Hätten wir jetzt fast gedacht, dass wir da vielleicht jetzt irgendwie einen Shop hätten. Weißt du, was ich meine? Ok, die Missionen sind eh nicht so lang, aber trotzdem. Wer wäre... Wäre ein nettes Gimmick. Wäre wirklich ein nettes Gimmick. Wäre wirklich ein nettes Gimmick. Und sagen, ah plötzlich, ja, haben wir da noch was zu dir. Ein Shop! So ein Geheimshop, wo es dann wirklich immer herkommen sollte. Wäre leider mal was verkehrtes. Wäre auch nichts verkehrtes. Wäre auch nichts verkehrtes. Schade! 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 Dann finde ich einfach nichts. Das ist gut. Ui, 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 ich zieh auch schon, die schießen schon wieder herum. So viele. Aber es geht. Und das war auch schon wieder der letzte. Okay, passt. Nice. Das ist jetzt so chillig, gell? Wieso kriege ich da nichts? Alter, eine neue Rüstung wäre jetzt schon. Eine neue Rüstung wäre schon, Alter. Eine neue Rüstung wäre schon, Alter. Wäre schon geil. Ui, komm her, komm her, komm her. He, 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 nicht weg, Alter. Was ist das? Oh, du, du fliehst, Alter. Und dann ist der Arm. Oh, ich weiß. Oh, Scheiße. Oh, scheiße. Oh, okay ich geh da wieder weg. Und fast, okay. Jawohl. No, ja, ja, jetzt geht's her aus. Jetzt geht's her aus. Wo geht sie hin? Wo geht sie hin? Oida! Wie sieht man da zum Schiehaus gar nicht? Moin! Haben wir da was? Oida! Jetzt, wo ich das verpuffo gesehen habe, habe ich mir das schon da gehabt. Oida! Was war das bitte vorgeladener Schiff? Rekt mir walsch! Oma auch kein Magier, oida! Fickle! Oida! 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 Ich sollte auch noch WM-Besner greifen! So gute Idee! Oida! 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 Da haben wir schon wieder die Purge, oder was? Ach, komm zu vor. Komm zu hin, komm zu hin. Da haben wir einfach plötzlich wieder die Purge. Ah, wie lieb! Der war ja voll lieb, oder? Ja, ich hab ja mal aufgeheilt und dann... Oh, er kommt schon um den Sek. Okay, entweder kommt da schon wieder was Großes auf uns zu. Oh ja, oh ja, da kommt jeder. Da kommt jeder. Also anscheinend kriegen wir am Schluss relativ viel zu. Das kommt mir so vor. Wenn jeder herumschießt, da bist du gefickter. Bist einfach ein gefickter Mann. Ja, da bin ich auch mit der Nanowena. Uhhh... Aaaaaaah... Beschessen. Ja meistens immer so den großen Bereich, oder? Ja, ich glaub sie immer die Röste. Okay, ja, herzummeichel. Ja, pass, 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 pass. Oh, hallo. Ach, wenns nur Biss ist. Ach, wenns nur minimal ist. Aufhören mit dir. Du tust das schon wenigstens was. Und wir sind bald 16. Gönn dir, gönn dir, gönn dir mein Junge. Wir kommen jetzt mit die uhr heftigen Schüsse daher. So richtige heftige Schüsse. Das ist der Wahnsinn. Die sind so urpferdig, oder? Oh, endlich mal. Endlich mal. Ich sag lieber nichts. Wolltest du sagen, endlich hat's das mal wieder ausgezahlt? Anscheinend eh nicht. Ja, aber damit kann man wenigstens was für's kaufen. Es ist ja nicht so. Wenn ich wenigstens zu dem Biss am Mantua in der Tür kommen würde, kann das ja wenigstens was, und dann können sie's viel leichter ausschießen. Die Geräusche, Mann. Ich mein, diese Geräusche. Die Geräusche, Mann. Ich mein, diese Geräusche. Das ist mir gar nicht wirklich so am Anfang so aufgefallen. Über die Geräusche von einer. Rarararar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Grüße Geräusche. Ey, ich fand nur perfekt. Ah ja voll. Ich geh auch noch mit mehr. Ideal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war jetzt fies. Das war jetzt richtig fies. Oh Gott, dann können wenigstens Magier nicht Magier schützen. Oh ho ho ho. In acht Prozent. Das ist wenigstens schon mal der Anfang. doch anscheinend doch anscheinend doch okay wenn wir jetzt wenigstens wieder etwas dazuklären damit er uns wirklich nicht gerechnet das magier magier ist nicht sicher aber es geht anscheinend ist jetzt wieder die frage zu wem gehen wir dazu oder wo lohnt es sich am besten was dazu zu gehen weil jetzt wird es wieder eine weile dauern bis man mal wieder drei haben oder wenn wir am schluss jetzt alleine irgendwie 100.000 kisten zum aufmachen können da weiß ich auch nicht was das für ein hundzeichen dann bedeuten soll jedes mal die hundskisten zeigen ich weiß nicht was das bringen soll ich hoffe dass ich da jetzt 100.000 kisten am schluss aufmachen kann schau schon wieder oder was ist das für ein hundzeichen truhe jaja wieder truhe oder was einfach nur damit irgendwie einen anreiz kriegst da könntest du eigentlich schon die ganze zeit auch truhe kriegen aber du bist halt einfach dafür gesundheit okay erhöht pro schuss die angriffsgeschwindigkeit ja da würde ich in dem vd es machen ja safe safe sogar weil wer weiß wo es dann wieder in welcher zwickmühle du bist neue sachen et cetera ja das ist gut schon besser hier ist gut schon besser hier verabschiedet oder was leider nichts kurz wirklich schade etwas auch vertrechtes nix seitdem ich das mit die 200 gehabt habe 3 in die hübschen vor allem und und herumschießen und so das ganze vertrauen vertrauen wie so ist den huren sehen oder wie soll ich den huren sehen oder da musste wirklich ins letzte eckerl eine kreuzer oder und denkst du da kommt einmal was daher oder wirklich ins letzte verbrumst technische aha ok ja und bei dem eckerl auch wieder nix naja aber hauptsache bei dem hauptsache bei dem eckerlis was weiter aber vorräte und ne Ruhe einmal doppelt oder was ist einmal weihnachten oder was schenken zu was her und der 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 oder Okay, das sieht so gut aus. Dann gibt es doch noch, oder gibt es das dabei? Ohhhh. Ahhh. Aha. Ah. Dann ergibt es alles gleich viel mehr Sinn. Hihihi. Oh, komm, da gibt es doch das auch nicht. Jo, da gibt es viel mehr Sinn. Ach du Scheiße. Na, Alter, das ist ein Hit. Das habe ich jetzt, damit er jetzt gar nicht gerechnet ist zum beispiel hat jetzt nur die fähigkeit das hat auch noch die fähigkeit aber da haben wir aber ich wollte unbedingt tor spielen auch wenn es leider etwas episches ist aber ich will unbedingt vorspielen fertig bin oder wie und dann also da hätte ich mich nur für eins von den drei entscheiden dürfen so ist es so ist es ok 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 jetzt haben wir wieder etwas nächstes zu klären damit war damit Immerhin. Ich hab viel, viel Leben, Alter. Viel Leben, Alter. Alter. Hurenzmack, Alter. Hurenzmack, Alter. Bleib so, bleib so, Junge. Bleib so. Geh so. Der ist mal ganz schwach. Ja, kommt her, jeder hat nichts. Müssen wir forschen. Oh, scheiß Huren. Ja, du gefeuerst dir ja so. Ich weiß eh, ich weiß eh du gefeuerst die. Äh. Geh doch so! Geh doch so! Ach du Scheiße! Geben wir mal, geben wir mal, geben wir mal, geben wir mal, geben wir jetzt da! Da kriegt dich einer. Ist auch ein viel zu schwach. Was? 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 Oh, lecker da! Das ist auch schon wieder ein Appenteuer. Oh, bitte! Oh, bitte! Oh, nice! Wir haben einen! Perfekt! Ideal! Scheiß Hurenkinder! Oh, endlich! Oh, seltene Rüstung. Okay. Alter, ich hab schon gesehen gehabt, wie ich rein gestiegen bin. Ich hab schon gesehen gehabt, ich geh gleich rein. Nur weil ich rein gestiegen bin. Alter! Oh! Wo war ich das Ende? Oh! Na immerhin! Oh, hoppala! Aber das wäre ja kein meins sehen. Das wäre kein meins gewesen. Wieder! Ja! Ich bin wieder auf! Der geht auf die Schilliker spazieren! Der Wichser! Ah! Das ist dieses Gegenstandsding! Ah! Ich schau! Da könntest du eine Wahrscheinlichkeit haben, dass du jetzt ein Gegenstand herkriegst. Aber nein, hast du jetzt eingehen nicht gekriegt. Haha, du kleiner Penner! Quasi so in der Richtung! Oh! Au! Oh! Oh! Wir wissen alle was da jetzt passiert. Dann da fuhren dann! Wir haben dann endlich... Hey! Nehrer! Da. Und da! Hey! Nicht weg oder? Schnelligkeit, wenn man die Schnelligkeit noch um vieles erhöhen könnte bei der Waffe. Die Schnelligkeit ist zerstört. Und die Kriegsmaschinen der Illager sind Geschichte. Ja, ist eigentlich nur gerecht gegenüber den anderen Waffen. Aber wenn du jetzt nur einen Schaden machen kannst, oder zwei Maximum, die was vor dir sahen, wär das dann schon eine Sache verdient. Flammenköcher, der Köcher ist absolut tödlich. Jetzt ist schon mal noch was auch. Bist denn du Planer? Ah, da siehst du wieviel Schaden du machen kannst. Bis zum nächsten Mal.